Wer eine Bahnfahrt im Fernverkehr wegen eines Streiks verschieben will, kann das Ticket in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung bei Sparpreisen und Supersparpreisen ist aufgehoben. Sitzplatzreservierungen können kostenlos storniert werden. Wenn klar ist, dass ein gebuchter Zug ausfällt, kann das Ticket kostenlos storniert werden. Das Geld gibt es in Form eines Gutscheins oder als Auszahlung zurück. Fahrgäste, die ihre Reise wetterbedingt verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, auch mit einer geänderten Streckenführung. Die Zugbindung ist aufgehoben. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Wer mindestens eine Stunde zu spät am Ziel ankommt, bekommt ein Viertel des Fahrpreises erstattet. Bei zwei Stunden ist es die Hälfte. Wenn frühzeitig absehbar ist, dass das Ziel mindestens eine Stunde später als geplant erreicht wird, dürfen Fahrgäste von der Reise zurücktreten und sich den vollen Fahrpreis erstatten lassen. Bei einer Verspätung von mindestens 20 Minuten können Reisende ihre Fahrt auch über eine andere Strecke fortsetzen und einen anderen, nicht reservierungspflichtigen Zug nutzen. Wer etwa wegen Ausfall eines Anschlusszuges seinen Zielbahnhof nicht mehr am selben Tag erreicht, kann sich die Kosten für ein anderes Verkehrsmittel bis maximal 120 Euro ersetzen lassen, falls die Bahn kein anderes Verkehrsmittel zur Verfügung stellt. Alternativ ersetzt die Bahn angemessene Übernachtungskosten, wenn sie selbst keine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellt. Informiert die Bahn nicht innerhalb von 100 Minuten Verspätung über Möglichkeiten zur Weiterreise, kann die Fahrt auch mit anderen Bahnunternehmen oder per Bus fortgesetzt werden. Die entstandenen Kosten werden von der Bahn erstattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017